hallo leute herzlich willkommen auf den kanal ist und heute spielen wir mal wieder wie ihr hier sehen könnt eine runde fortleid und zwar lego fortleid und ihr seht auch schon ich habe eine kleine hütte gebaut ja ich habe ein bisschen offscreen also ein bisschen offscreen weiter gebaut ihr seht auch ich habe jetzt hier einen dorf ich weiß nicht ob ich das schon vor dem hatte ich glaube aber schon keine ahnung auf jeden fall habe ich jetzt ein paar neue dinge hier unter anderem zwei dorfbewohner sage ich mal ja so heute wollen wir mal ein bisschen gucken was wir hier denn so bauen können ich habe auch hier eine kiste hingebaut ich will auf jeden fall mal gucken dass wir diese ganze nein ich will nicht mit dir reden die werkbank hier ein bisschen upgraden dazu brauchen wir panzer ein handwerksmaterial das von rollern hinterlassen wird diese dinger brauchen wir und die werden anscheinend von diesen komischen rollern die hier immer so rumrollen rollen gedroppt und was wir auch bauen müssen ist tatsächlich ein grill für essen das steht heute auch fest wir fahren auch jetzt erst mal ein bisschen holz ist ein stein und gucken einfach mal dass wir heute kommst du denn her hallo kuschelbeauftragte ich habe hier außerdem auch so ein kleines keine wand gezogen aber ich glaube ich hätte wir könnten tatsächlich mal mit der reden hallo mich ab und ich bin in einer meinung ich bin der meinung beefbots und onkel pete sollten zusammen ein restaurant eröffnen vielleicht könnten sie es onkel petes eingefaschtes pizza pitt nennen wie sie es ja wie gefällt dir dein job erde erhalten wolle erhalten granit erhalten rang danke was immer du brauchst du wirst ist hier für danke sehr okay dann reden wir noch mal der hier einmal wie gefällt dir dein job seite erhalten dünner erhalten und holz erhalten danke so können jetzt mal gucken zehn holz haben die geholt aber ist doch keine haben wir sogar ein bisschen stein wir können sogar jetzt ein neues baurezept und das nennt sich fällt dazu brauchen wir allerdings dünner habe ich hier gerade gesehen eine erde findet man denn er keine ahnung muss ich mal vielleicht gleich was wir jetzt auf jeden fall ein bisschen fahren werden ist ihnen trotzdem noch mal holz stein mein ich ja wir haben 19 und wir brauchen 30 also let's go stein sammeln und ja kaputt so das können wir hier gleich einsammeln warum werden die tasten belegungen nicht angezeigt seht ihr dass die tasten belegungen sind einfach weg wo direkt die spinne müsste auch mal ein schwert bauen das ist auch so ein ding hat man nicht mal ein schwer okay wir haben jetzt 38 ich würde aber noch mal sagen wir fahren hier noch mal kurz das andere und tun ja auch himbeere einsammeln weiß ich ganz genau was dieses komische symbol da bedeutet weil ich glaube da sollten wir auch mal hingehen so okay jetzt gehen wir erst mal hoch und bauen erst mal uns einen grill den bauen wir allerdings auch unter einem dach ich würde sagen nicht hier ach so ich wollte auch ein neues gebäude tatsächlich bauen dazu brauche ich natürlich wieder holz so wie wollte ich wollte nämlich das hier bauen weil da könnten wir dann die ganzen dinge reinpacken für hier heißt es für die ganzen dinger hier viel 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 sägewerk und die werkbank ja gut machen wir jetzt erst mal folgendes wir bauen aber jetzt erst mal den grill so den packen wir mal unter dem dach damit der auch funktioniert so jetzt können wir hier nämlich gegrilltes fleisch machen oder maiskolben oder eier ähm wir machen natürlich jetzt hier erst mal fleisch und wir machen hier auch alles rein was ich habe dann haben wir nämlich hier auch ein bisschen mehr essen tatsächlich so können uns auch eine schaufel durch die schaufel kriegen wir wahrscheinlich erde ne aha aha okay holzstar da brauche ich was von warte wie viele braunen davon rauch dr du musst lernen okay gegenstand jetzt dann können wir wahrscheinlich erde holen Das ist doch geil. Ist das ja eigentlich ein Spinnrad? Das sollten wir uns auch mal bauen. Wir müssen aber erstmal jetzt hier so komische Dinger holen. Und das für die Werkbank. Diese komischen Rolldinger da. Blanke habe ich, glaube ich, genug. Nee, wir auch nicht. Aber wir suchen jetzt erstmal... Ja gut. Ich kann die gar nicht suchen, weil ich ein Schwert brauche. Warte, ich brauche ein Schwert. Was brauche ich für ein Schwert? Auch die Salzstäbe, ne? Gibt es noch ein Nehmen. So, die brauche ich noch... Jetzt brauche ich noch eine Planke. Manchmal zwei von. Aber eine hätte gereicht. Egal, wir brauchen uns sowieso ein bisschen mehr. Hier ist unser Essen. Da holen wir uns das doch schon mal raus. Zack. Ich habe irgendwo auch Mais drin. Aber ich weiß gerade gar nicht, wo. Oder habe ich das gegessen? Maiskorn. Und Weizkorn. Nee, habe ich doch nicht. Inbeere packen. Wir packen mal hier wieder alles rein. Feder. Das, 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 das. Holz. Nee, Dünger brauche ich. Für das Feld. Und eine Schaufel herstellen. Zack. Dann holen wir mal kurz noch Holz. Fünf, fünf. Ja, wir brauchen nochmal zehn Holz oder sowas. Damit wir... So, ich gucke mal kurz. Ja, zwei Erde habe ich jetzt. Geil. Gut, das heißt, ich habe jetzt... Nee, die geht jetzt kaputt. Das heißt, wir müssen gleich mit Hand weiter kaputt machen. Geht nicht. Oh. Dann damit. Bam, bam, bam. Zack. Wie viel braucht man da von fünf? Ne? Fünf Holz und dann hat man eine Axt. Genau. So. Habe ich zwei Steine? Nö. Holen wir nochmal kurz zwei Steine. Steinchen. Wo ist denn hier Stein, ey? Stein, ich brauche dich. So. Die ganzen Materialienzonen ist halt schon ein bisschen kack, muss man sagen. So. Brauchen wir jetzt mal kurz eine Axt. So. Eine Axt. Kannenregen nicht benutzt. Was ist das denn jetzt? Mann. Das meinte ich nämlich. Das ist scheiße. Deswegen habe ich hier auch den Grill jetzt darunter gepackt, weil da kann man den nämlich benutzen. Können wir den nicht jetzt einfach kaputt bauen und dann neu bauen? Ich glaube schon, ne? Mal jetzt einfach... So. Zack, zack, zack. Ähm, das war eine Werkbank, genau. Ha. So, jetzt geht es. Okay. Äh, eine Waldachse herstellen. So, und jetzt kann ich da auch noch ein Schwert bauen, ne? Ja. Muss ich die auch noch abbauen? Warte, wo packe ich die denn jetzt hin? Ich packe hier einfach rein in die Hütte rein. So. Zack. Ähm, Sägewerk. Kommt jetzt erstmal hier in die Hütte rein. So, zack. Holzstab. Habe ich nur ein Holz? Scheiße. Ähm, ich habe Hunger. Das Fleisch kann ich doch jetzt mal essen, oder? So, zack. Oh, jo, das macht sehr viel, das Fleisch hier. Zack. Gut. Das ist schon wieder so ein blöder Klappdingeln. Ich brauche auf jeden Fall noch fünf Holz, weil sonst geht das Ganze nett. Äh, aber was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Irgendwas wollte ich machen. Ah, genau, das Feld hier. Das Feld, das Feld. Wow. Weg mit dir. Ähm, das Feld. So. Wo packen wir denn unser Feld hin? Hier? Kommt, wird sagt. So. Offenes Stück Land. So, was kann ich jetzt da drauf packen? Maiskorn. Geht nicht. Kann das Maiskorn hier nicht runterziehen. Ey. Weitere Aktion. Nein. Aha. Jetzt. Oha, hier ist ein neuer. Hallo, ich bin Sonnenblume. Du findest mich oft draußen auf den Feldern. Es ist schön, dich kennenzulernen. Du kannst mich Camper nennen. So viel du möchtest. Aber ich brauche nur einen Schlafplatz für in die Nacht. Ich glaube, ich mache ein... Aua, aua, aua. Ich bleibe heute Nacht in deinem Dorf. Okay. Haben wir hier ein Bett? Bett, Bett, Bett. Bett, Bett. Ne, ich brauche Holz. Ich hole Holz. Holz, Holz, Holz. Holz. Bam, bam. Weg mit dir. Wieso Holz brauche ich denn? Zehn. Ich brauche noch ein bisschen. So. Zack. Jetzt habe ich genug für ein Bett. Wie wir alle einfach aufstehen schlagen soll. Ähm. Okay, so, Bett. Lustig, dass die auch da an dem Regen nicht genutzt werden. Und wie können die das an dem Regen nutzen? Egal. Wo ist die Sonnenblume? Was bist du, ne? Lebe in meinem Dorf. Ein Fleckchen nur für mich? Aber dein Dorf erfüllt meine Anforderungen nicht. An einem neuen Ort zu ziehen, klingt nach Spaß. Aber dein Dorf ist zu bevölkert. Wenn du das Dorflevel steigerst, könnte ich es mir überlegen. Scheibenkläuster. Das heißt... Auch Knochenwurzel. Ein robustes Holz, das in Höhlen vorkommt. Das heißt, ich muss in Höhlen... Laster abbauen. Okay. Granit. Aber das ist doch nicht so schlimm. Dann machen wir... Dann machen wir folgendes. Wir holen erstmal Granit ein bisschen. Und Holz. Holz brauchen wir auch ganz viel. So. Also Holz braucht man auch sehr viel. So. Das ist doch geil, wenn wir jetzt unser Dorf auf Level 4 kriegen. So, so. Ich werde auch screenen. Wahrscheinlich ein bisschen weiterspielen, Chat. Und einfach... Mehr Farmen für euch. Wahrscheinlich dann auch die Knochenwurzelnen da im Dings Farm. Dann müsst ihr nämlich nicht immer alles hier säen. Blöde ist, hier sind gerade ganz viele Skelette. So. Zack. Noch ein bisschen mehr Holz. Ja, ich meine Stein. So, hier ist... Guck mal, hier ist doch noch ein geiles Steinader. So. Zack, zack, zack. 24. Ich brauche, glaube ich, noch drei Stück. Aber das holen wir einfach später. So. Zack. Zack. Okay. Dann haben wir jetzt erstmal... Oh, was liegt denn hier in der Spitzhacke? Ja. Wie viele Spitzhacken haben wir denn jetzt? Drei Stück oder so, ey. Aber die sind alle schon fast kaputt. Okay. Ja, ich glaube, die geht jetzt wieder. Okay. Nee, also wir brauchen noch einen von den Dingens. Dann gehen wir mal kurz... Nein, nicht mit der reden. Werkbank. Ähm, nee. Was brauchen wir denn jetzt nochmal dafür? Planken. Genau. Also brauchen wir das Sägewerk hier. Planken brauchen wir... Wie viele brauchen wir? Mein Gehirn ist so... 15 Planken. Ja, okay. Machen wir. Also 15. 15. So. Okay. Machen wir das schon mal. So. Jetzt brauchen wir noch einen Stein. Den hole ich jetzt einmal kurz noch. Können wir auch einmal kurz hinlaufen. Was ist denn das? Ach, hier ist auch schon ein Stein. Nein, so. 25 Stein. Perfekt. So. Können wir auch ein bisschen mehr sammeln, tatsächlich. Kann er nie genug haben, so. So. Okay. Gehen wir mal wieder zurück und packen das jetzt in die Kiste, damit wir wissen, das ist tatsächlich nur für... fürs Ding. So. Gehen wir hier mal zur Kiste. Zack, zack, zack. Mh, so. Packen wir das ja mal kurz alles raus. Also. Mh. Was war denn jetzt nochmal für... Mann, ich bin so blöd. Ah, hier ist Granit. Genau. So. Das ist einmal dafür. Die Planke. Genau, die Planken sind auch dafür. So. Also ich habe jetzt... 15 Planken, genau. Ähm, Planken. 9. Okay. Jetzt fehlt halt nur noch dieses... Knochenwurzel-Dings gedöhnt. Verdöhnt. So. Okay, ich würde sagen, wir können nämlich auf der Karte auch sehen, wo ein... Können wir doch nicht. Gut, das heißt, wir müssen... Die Sonne steht genau richtig für ein Duell. Ich verwundere mal, du brauchst irgendwas. Was denn? Nix. Ja, wir müssen jetzt halt ein Dings noch finden und dann haben wir alles. Komm, die eine letzte noch. Zack. So. So. Let's go. Das heißt, wir haben jetzt... 16. Genau, passt. So, jetzt fehlt nur noch das andere und das müssten wir jetzt eigentlich holen. Aber bevor wir das holen, müssen wir noch... Nein. Müssen wir noch ein Schwert machen. Und da brauchen wir nochmal 5 von den Dingern. Von den Planken. Äh, nee, nicht von den Planken. Nein, 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 nein. Nicht von den Planken, sondern von den Holzstäben. Ach, jetzt wird da jetzt durchgemacht. Doch nicht. Von den... Nein. Boah. Ja, komm. Holzstab. Ah, ist doch richtig. Holzstab. 4 noch. So. Habe ich jetzt einen Holzstab? Ja, hier ist der Holzstab. Okay. Braucht da wie viele von für eine Werkbank? Für ein Schwert? 5 Stück. Okay. Hat die schon wieder hier was gesammelt für mich? Ja. Wolle erhalten. Okay. Ist du wieder was für mich? Alle Sammler hat man alle Hände voll zu tun. In Sachen Werkung bin ich erst zu... Ah, in Acht. Bin fertig. Okay. Und du? Ja, du bleibst ja hier nicht, weil du... Unbedingt willst, dass wir drauf leveln. Nein, nicht mit der Reden. So. Kurzschwert herrschen. Äh, so. Zack. Zack. Ich wette, du könntest richtig Kampf-Akrobatik mit deinem Schwert ausführen. Wenn wir die Werkbank aufrüsten werden, könnten wir vielleicht bessere Ausrüstung herstellen. Aber ich brauche Panzer. Immer wenn ich feststecke, nutze ich meine Vorstellungskraft, um eine Lösung zu finden. Etwa so. Wir brauchen Schutz und Roller haben noch diese blöden Panzer. Was bedeutet, wir müssen einen Roller finden. Ja, schön. Und den Roller finde ich nicht. Hä? Hat die jetzt schon wieder was fertig? Oh, ich kriege die ganze Zeit Wolle von der. So, wir müssen diese blöden Roller jetzt finden. Aber warte, bevor wir das machen, wollten wir ja eigentlich... Ja, Leute, ich würde sagen, ich suche diese Roller offscreen. Denn, ähm, das wird ein bisschen krampfhaft, um diese Roller hier zu finden, um halt das hier zu machen. Ich würde sagen, ich gehe dann auch tatsächlich sogar auf Suche und suche dann auch hier diese Knochenwurzel. Da brauchen wir nämlich 10 von. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Liken, Abo und Kommentar da. Schaut euch eben auch meinen Testkot-Sorber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Töte. Euer Assaldo. Ciao, ciao.